Felna Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna Live. Ja, willkommen zurück bei Felna Live. Bei uns zu Gast jetzt HC Strache. Schönen guten Abend, Herr Strache. Grüß Gott, Herr Felna. Herr Strache, jetzt gibt es sehr viel mediale Aufregung in den letzten Tagen rund um diese Chatverläufe, um die Bestellung des ÖPAG-Chefs Thomas Schmid. Was haben Sie sich denn gedacht, wie Sie diese Chats so gelesen haben? Naja, also die, ich meine, natürlich ist es zutiefst unangenehm, wenn man vermeintlich persönliche SMS dann geliegt bekommt und öffentlich liest. Das wird für den Herrn Schmid und für die Betroffenen, es betrifft ja auch den Bundeskanzler Kurz, aber auch den Finanzminister Blümel natürlich äußerst unangenehm sein. Es ist ja auch peinlich, seien wir ehrlich. Ich würde sagen, es ist in etwa die gleiche Peinlichkeitsqualität wie mein grausliches Leiberl auf Ibiza. Strafrechtlich relevant ist es nicht, aber es ist sehr peinlich. Und wenn man dann diese Nachrichten da bewertet, wie ich liebe dich, mein Kanzler, das wäre so, wie wenn ich Ihnen schreiben würde eine SMS, ich liebe Sie, mein Lieblings-Österreich-Chefredakteur. Und dazu dann noch die Pusserl und die Herzerl und ich weiß nicht was mit den Smilies. Ja, also das ist unangenehm. Und bis hin zur Schmid AG, wo ja eines sichtbar wird, dass es natürlich eine Struktur gab und offenbar einen genauen Plan gab, bis hin, dass neben den Strukturen, die aufgezeigt werden, auch aufgetaucht sind Interventionen gegenüber Medien und auch Chefredakteuren, in dem Fall von der Presse, von Rainer Nowak, wo dann interveniert worden ist, damit eine Geschichte zu dem Thema nicht auf der Titelseite erscheint, sondern irgendwo verräumt wird. Also es zeigt schon etwas auf und es ist schon auch ein Sittenbild und zeigt auf, dass die Gerüchte, die ich auf Ibiza über andere erzählt habe, da oder dort bestätigt sind. Das ist jetzt meine nächste Frage. Ist es eigentlich ein bisschen so jetzt, wenn das alles, wenn man das rekapituliert, was da in den letzten Monaten ans Licht gekommen ist, ist, dass die ÖVP eigentlich das umgesetzt hat, was Sie da in illuminierten Zustand in Ibiza sich gewünscht haben? Nein, ich habe mir es ja nicht gewünscht, denn die 7-Stunden-Videos sind ja jetzt zum Glück auch durch das Oberlandesgericht mir zugesprochen worden. Das heißt, man muss mir das aushändigen und ich habe jetzt die Gelegenheit, diese 7 Stunden auch wirklich abseits einer Zensur mir anzusehen und zu bewerten. Ich habe das auch schon begonnen und dort ist eines sichtbar geworden, dass das, was da passiert ist im Jahr 2019, nämlich im Mai, am 17. Mai, dass eines feststeht, das war eine Kampagne mit Manipulation und Auslassung von wesentlichen Bereichen und keine Aufklärung im Sinne von investigativen Journalismus, sondern in Wahrheit eine Verleumdung. Warum? Steht heute nach den 7 Stunden eindeutig fest und ist bewiesen, dass ich, in dem Fall nämlich der HC Strache, nicht korrupt ist. Das steht fest nach den 7 Stunden, weil alle Versuche bei dieser Falle und heimlichen Videoaufnahmen alle Versuche über Stunden hinweg, auch in einem sehr fragwürdigen Zustand, mich in eine Korruption hineinzugleiten, von mir konsequent abgelehnt worden sind. Das heißt, über 100 Mal wird das sichtbar, dass ich das auch sehr schroff zurückweise und sage, mit mir gibt es das nicht, bei mir gibt es nur einen sauberen Weg. Das heißt, die Schlagzeile hätte eigentlich damals am 17. Mai 2019 lauten müssen, dass der Strache nicht korrupt ist und sogar in einer Falle beweist, nicht korrupt zu sein. Und das hat man natürlich nicht wollen. Und das ist schon interessant, weil das wird natürlich noch ein Nachspiel haben. Man muss bewerten, warum hier ein zweiter Fall Relotius oder ich sage jetzt einmal ähnliche Vergleiche bis hin zu den Hitler-Tagebüchern, die es ja da im deutschen Medienraum gegeben hat, warum man so manipulativ vorgegangen ist und wie der besseres Wissen so agiert hat. Das werfen Sie jetzt insbesondere dem Spiegel der Süddeutschen Zeitung und dem Veralter vor. Das werfe ich natürlich diesen Journalisten und Medien vor, die ja auch wieder Besseres wissen, weil die haben ja das gesamte Video gesehen, das sagen sie ja. Und dann die Unwahrheit am 17. Mai sogar mit auf den Weg gegeben haben, dass ich dort die Privatisierung des österreichischen Wassers gefordert hätte, wo jetzt feststeht, in diesen sieben Stunden, das Gegenteil war der Fall. Ich habe den Verfassungsschutz des österreichischen Wassers dort gefordert. Ich habe gesagt, mit mir wird es keine Privatisierung geben. Ich will ein norwegisches Modell, wo wir, so wie dort das Öl, das Wasser für die Staatsbürger schützen und dann Trinkwasserflaschen verkaufen, als Staat, vielleicht mit BPP-Modellen und die Einnahmen dem Staatsbürger zugutekommen, so wie es in Norwegen beim Öl ist, wo es eine jährliche Gewinnausschüttung auch für die Staatsbürger in Norwegen gibt mit bis zu 20.000 Euro. So, und das hat man bewusst verdreht. Und jetzt steht fest, man hat verleumdet, gelogen und ganz bewusst manipulativ ein falsches Bild gezeigt. Neben den peinlichen Bildern, die natürlich peinlich genug sind, weil wer will sie schon heimlich filmen lassen, Alkoholtrinkend und Kettenrauchend und in so einem peinlichen Leiberl. Ja, aber in Wahrheit ein Prädikat, der Strache ist nicht korrupt und das ist in Wahrheit der entscheidende Punkt. Und wenn ich mir dann die Situation heute anschaue, mit den Chats und mit der Entwicklung, wo damals der Herr Bundespräsident Van der Bellen gesagt hat, so sind wir nicht und heute schweigt, so muss man heute eigentlich festhalten, so sind wir nicht, die sind viel schlimmer. Ärgert Sie das eigentlich, dass der Bundespräsident heute schweigt, also eben jetzt zu diesen Chats nichts sagt, während er damals ja extrem offensiv aufgetreten ist? Nein, es wundert mich nicht, denn ich sage, die heutigen Entwicklungen des Schweigens zu dieser jetzt sichtbar gewordenen Struktur in dieser türkis-grünen Regierung ist natürlich wahrlich problematisch und natürlich wesentlich schlimmer und da findet ein bewusstes Schweigen und ein weiter Wurschtel statt. Aber das hat ja auch einen Grund, denn schauen wir uns an, neben den peinlichen Chats, die es da gibt, wo da auch frauenfeindliche SMS stattgefunden haben, in die Richtung gehend, mir gehen die Weiber auf die Nerven. Zitat Ende, die scheiß Quote. Also solche Sachen sind da auch offenbar ausgetauscht worden, zeigt schon auch ein Bild auf. Aber auch die Heuchelei der Grünen. Warum die Heuchelei der Grünen? Die wird nämlich besonders sichtbar bei der grünen Freunderlwirtschaft, wo jetzt innerhalb von 15 Monaten über 15 Top-Jobs der Grünen durch die Regierungsverantwortung, nämlich in 15 Monaten schneller als das die Schwarzen, die Freiheitlichen oder die Rotten praktiziert haben, Top-Jobs in Staatsnahenbereichen und Gesellschaften vorangetrieben worden sind. Und ein paar Beispiele muss man da schon erwähnen. Da wird eine grüne Kochbuchautorin, die Frau Medvedev, bekam dann einen Aufsichtsratsjob beim Brenner Basistunnel. Also offenbar kochen im Basistunnel ist eine besondere Eignung. Oder die Liste der grünen Umfärbungen, die sich ja fortsetzt und die ja bekanntlicherweise bei anderen immer gerne eine Kriminalisierung vorgenommen haben. Also wenn andere Personalbesetzungen vorgenommen haben, dann hat man die kriminalisiert, ja fast korrupt auch dargestellt. Aber wenn es dann um die Gattin des Bundespräsidenten van der Bellen geht, die also im Burgtheater Aufsichtsrätin geworden ist, die Frau Doris Schmidauer, nämlich von der Kulturstaatssekretärin Mayer dazu berufen, die wiederum die ehemalige Mitarbeiterin vom Bundespräsidenten, dem grünen Bundespräsidenten van der Bellen gewesen ist, naja, dann wird die wahrscheinlich genauso qualifiziert wie der Peter Siedler gewesen sein. Nein, das werden alle qualifiziert gewesen sein. Und dann muss man weitergehen. Die Grünaktivistin aus der Wien-Wieden, die Karin Taustz, Aufsichtsrätin bei der Ausdruckkontroll, die ist jetzt zuständig sozusagen für die Sicherheit im Luftraum. Oder bei der Schieneninfrastruktur, die grüne Martina Gura bringt als Radlobbyistin jetzt ihr Fachwissen im Bereich des Schienenverkehrs ein. Also das sind alles illustre Dinge. Expertin für den Tierschutz hat es natürlich nur eine grüne Expertin gegeben, nämlich die Frau Petrovic, die vom Anschober eingesetzt worden ist. Und bis zum Verfassungsgerichtshof reicht es, wo dort die grüne Verena Maher, der Vizepräsidentin geworden ist. Sie war vorher Beirätin der grünen Bildungswerkstatt. Und das ist noch nicht zu Ende, weil da gibt es noch ein Beispiel, nämlich den ehemaligen grünen Abgeordneten Dieter Bross. Der ist jetzt zum Abteilungsleiter im Sportsministerium. Da kennen Sie sich ja aus. Genau, da gibt es meinen Nachfolger, den Sportminister Kogler. Ich frage mich, was der für den Sport überhaupt in den 15 Monaten getan hat. Da war er völlig inkompetent und auch abwesend. Aber er hat einen Ex-Nationalratsabgeordneten, den Dieter Bross, von den Grünen zum Abteilungsleiter gemacht. So, und jetzt würde ich gerne, also ich hätte gerne jetzt einmal den grünen SMS-Verkehr gelegt, den es da im Vorspiel dazu gegeben hat. Denn das ist ja ganz klar, dass da natürlich grüne Postenschacherei betrieben wurde. Denn Sie können mir nicht weismachen, dass da unabhängige Scouts von den Grünen eingesetzt worden sind, die auf der Straße zufällig die Besten der Besten Österreichs laut der Grüne entdeckt haben und die jetzt alle in die Position angekommen sind. Also Sie sind der Meinung, die Grüne machen genau das Gleiche wie alle anderen? Nein, ich glaube viel schlimmer. Nein, viel schlimmer. Jetzt sage ich Ihnen was. Stellen Sie sich vor, ich als Vizekanzler hätte meine Frau in meiner Zeit als Vizekanzler zur Aufsichtsrätin im Burgtheater gemacht. Oder stellen Sie sich vor, ich als Vizekanzler hätte einen ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten zum Abteilungsleiter im Sportministerium gemacht. Zu Recht wäre ein Aufschritt durchs Land gegangen. Also das hat es bei mir noch nicht gegeben. Und hier in einer augenscheinlichen Ort und Weise wird sichtbar die grüne Postenschacherei und die Heuchelei dahinter. Ich spreche den Herrschaften auch teilweise ihre Kompetenz nicht ab. Aber umgekehrt haben es die Grünen bei allen anderen Vorschlägen gemacht und es immer nur auf parteipolitische Postenbesetzungen heruntergebrochen. Und das zeigt die Heuchelei auf. Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zu Thomas Schmid, zu dieser Bestellung als ÖBAC-Chef. Inwiefern waren Sie denn damals in diese Bestellung eingebunden? Weil das war ja eine aufrechte Koalition mit der ÖVP und eine gewichtige Position. Ich nehme an, der Bundeskanzler oder der Finanzminister haben das ja auch mit Ihnen abgesprochen. Nein, das war immer so vereinbart. Von Beginn an in den Regierungsverhandlungen war eines sozusagen im Regierungsprogramm und auch in allen Seitletzers definiert. Neben den Inhalten, dass die personalpolitischen Entscheidungen und die Hoheiten immer in dem jeweiligen zuständigen Ressort liegen. Und dort, wo ein ÖVP-Minister die Verantwortung hatte, war es so, dass dort natürlich die Personalentscheidungen und die Vorschläge auch erfolgt sind. Man natürlich entsprechende Hearings auch bestehen musste. Aber bei Aufsichtsräten, das sind natürlich Vertreter der Republik, des jeweiligen Ministers, des jeweiligen Ressorts gewesen, war es so, dass eine Zweidrittel-Eintrittel-Vereinbarung ohne Namen getroffen wurde. Das sind diese berühmte Zweidrittel der Posten werden von der ÖVP bestellt, ein Drittel werden von der FPÖ. Und vice versa, in einem freiheitlichen Ressort hat der jeweilige Minister dann Zweidrittel-Vorschlagsrecht für den Aufsichtsrat für Persönlichkeiten gehabt und die ÖVP ein Drittel. Aber da ist nicht über Namen gesprochen oder diskutiert worden. Man hat Gerüchte gehört. Man hat gehört, dass es da ein Interesse gibt, dass der Herr Schmidt als ehemaliger langjähriger Sektionschef und auch Generalsekretär im Finanzministerium dieses Interesse hat. Fest stand es erst nach dem Hearing, da war es dann sicher. Aber Herr Stache, Sie können mir doch nicht einreden, dass Sie das nicht mitbekommen haben. Sie haben ja mit Sebastian Kurz permanent, logischerweise, Sie waren ja Regierungspartner-Kontakt gehabt. Der Arnold Schiefer hat SMS, sieht man jetzt, mehr oder weniger im Tagesrhythmus ausgetauscht. Mit Thomas Schmidt steht der FPÖ nahe. Karl Ochsner war mit ihm im SMS-Kontakt. Sie müssen das doch mitbekommen haben, dass da im Hintergrund alles darauf hinausläuft, dass der ÖPAG-Chef... Das habe ich auch in Folge dann natürlich mitbekommen und diese Gerüchte gab es ja auch über einen längeren Zeitraum. Ich habe ja da gekämpft wie ein Löwe, dass es einen Doppelvorstand gibt. Ich wollte ja nicht, dass es dort bei der ÖPAG, und das ist ja bitte... Sie hätten einen Doppelvorstand gewollt. Ich hätte einen Doppelvorstand. Ich habe das ja auch von Beginn an eingefordert. Die ÖVP hat sich aber hier quer gelenkt. Und ich finde es schade, denn natürlich wäre das auch insgesamt für die ÖPAG besser, würde es ein Vier-Augen-Prinzip geben, würden dort zwei Persönlichkeiten sitzen und nicht sozusagen eine Alleinherrschaftsgewalt, natürlich durch den Aufsichtsrat sozusagen kontrolliert. Wir wissen ja heute im Aufsichtsrat, ich habe ja, weil Sie angesprochen haben, der Herr Ochsner zum Beispiel ist überhaupt nicht der freiheitlichen Partei nahestehend. Das ist ein Experte, ein Unternehmer, der aufgrund seiner Expertise vorgeschlagen wurde. Ich habe ja zum Beispiel auch einen anderen, der überhaupt nichts mit der FPÖ zu tun hatte, für den ÖPAG-Bereich als Aufsichtsrat vorgeschlagen, nämlich den Chef der Industrienvereinigung in Tirol, den Herrn Swarovski. Also ich habe fachliche qualifizierte Persönlichkeiten vorgeschlagen, aber nicht nach der Prämisse, der muss FPÖ-Mitglied sein. Also ich habe mir die fachlichen Qualifikationen angeschaut. Unser zweiter Aufsichtsrat in der ÖPAG ist ja der Dr. Christian Ebner. Wie Sie wissen, auch eine Wirtschaftskompetenz nachweisbar, da war ich ja früher sogar, ich glaube, im Unternehmen vom Herrn Haselsteiner tätig. Also da bin ich ja jedes Verdachts erhaben, wie Sie sind. Und dann auch die Sozialdemokraten, die da, wie wir jetzt wissen, nämlich der Herr Katzian da munter und lustig offenbar personalpolitisch verhandelt hat mit dem Herrn Schmid. Also das zeigt schon auf, dass hier natürlich unterschiedliche Bewertungen zu treffen sind. Wie haben Sie denn eigentlich den Herrn Schmid erlebt? Weil wenn man diese SMS so liest, dann wirkt es ja so, als wäre der eigentlich der Schattenfinanzminister gewesen, der da eigentlich dieses Ministerium geführt hat. Den Eindruck hat es auch gehabt schon bei den Regierungsverhandlungen. Da war er ja auch anwesend und hat natürlich dort auch schon bei den Verhandlungen den Eindruck vermittelt, wenn es um diese Ressortbereiche geht, dann ist er quasi wie ein Schattenfinanzminister aufgetreten. Und es war ja so, dass er dann auch in den Verhandlungsgruppen unterschiedlicher Art, wir haben ja vieles delegiert, auch andere Persönlichkeiten wie Arnold Schiefer dann Verhandlungen mit ihm geführt hat, aber auch vor allen Dingen die für die Koordination zuständigen Ministern, nämlich damals Gernot Blümel und Norbert Hofer. Jetzt fordert die Opposition ja den Rücktritt sowohl des Finanzministers als auch des Bundeskanzlers. Ist das angesichts dieser Chats wirklich angebracht, dass die zurücktreten? Sie haben selber gesagt, es ist unangenehm, es ist peinlich. Teilweise, wenn man es liest, aber es ist wohl kaum, beziehungsweise zumindest für die beiden, nicht wirklich strafrechtlich relevant. Es ist in Wahrheit, es zeigt in Wahrheit auf, dass meine Entscheidung damals, nämlich zurückzutreten, in Wahrheit die falsche war, denn wie wir heute wissen, hat man mir Unrecht getan. Ob man den Herrschaften Unrecht tut, wird sich erst herausstellen. Bei mir ist es bewiesen, dort noch nicht, aber es zeigt schon einiges auf. Aber sollten die Ihrer Meinung nach zurücktreten, angesichts dessen, was bekannt ist? Ich glaube, grundsätzlich gilt einmal für alle die Unschuldsvermutung. Das hätte von Beginn an immer für alle österreichischen Staatsbürger Gültigkeit haben sollen. Das hat es nicht. Wenn es den Strache betrifft, hat die Unschuldsvermutung einmal grundsätzlich nicht gegolten. Bei anderen wird sie bemüht. Aber zu Recht hätte man aber auch bei allen so handhaben müssen. Und natürlich gilt es, das jetzt weiter aufzuklären. Was ist dahinter? Ich habe ja auch erlebt als Minister und Vizekanzler, dass im Nachhinein da Entwicklungen sich abgespielt haben, die ich damals ja gar nicht so richtig mitbekommen habe, wie eine Glücksspiel-Novelle, die die ÖVP still und leise vorbereitet hat, ohne sie mit der Freiheitlichen Partei überhaupt zu besprechen und zu spiegeln und versucht hat, sozusagen von hinten herum in eine Beschlussfassung zu gießen. Das sind alles Dinge, die in der heutigen Betrachtungsweise sehr kritisch zu sehen sind. Denn welche Rolle hat man da gespielt? Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, Corona und dem Lockdown. Im Osten gibt es seit heute einen sehr harten Lockdown, und zwar in drei Bundesländern, geht bis 11. April. Sie sehen den Lockdown ja, in der Vergangenheit haben Sie ihn immer sehr kritisch gesehen, aber angesichts der aktuellen Zahlen und auch der Alarmrufe von Intensivmedizinen, ist er nicht alternativlos? Er ist selbstverständlich nicht alternativlos. Und ich kann nur zum x-ten Mal darauf hinweisen, dass im internationalen Vergleich es viele Länder gibt, die keinen Lockdown haben, teilweise überhaupt nie einen Lockdown gehabt haben. Und eines feststellbar wird, dass das, was die internationalen Experten, nämlich auch der Professor Ionatis aufgezeigt haben im internationalen Vergleich, dass wir dort, wo kein Lockdown stattgefunden hat und dort, wo Lockdowns seit einem Jahr stattfinden, die vermeintlichen Infektionszahlen, nämlich die positiven Antigen- und positiven PCR-Tests, die ja nicht alle richtig sein müssen, auch nicht bedeuten müssen, eine Infektion oder Krankheit zu haben. Das kann nämlich nur, wie jetzt auch der Verwaltungsgericht so festgestellt hat, nur ein Mediziner auch feststellen und entsprechend auch diagnostizieren. Da sind die Tests alleine zu wenig. Aber das zeigt auf, dass wir dort, wo ein Lockdown seit einem Jahr stattfindet und dort, wo überhaupt keiner stattgefunden hat, die Zahlen in etwa gleich sind. Dort, wo kein Lockdown stattgefunden hat, sogar die Zahlen jetzt besser sind, als dort, wo ein Lockdown gemacht wurde. Und das ist interessant. Das heißt, das muss man schon evidenzbasiert bewerten, warum ist das so. Und ich sage insgesamt bei dem Lockdown, ich meine, die Menschen verlieren insgesamt das Vertrauen in diese Maßnahmen, in diese Regierung. Warum? Jetzt haben wir über ein Jahr eigentlich fast einen Tower-Lockdown in unterschiedlichen Facetten und es ist nichts besser geworden, im Gegenteil. Die Bürger haben echt die Schnauze voll. Sie erleben, dass der Kollateralschaden in der Gesellschaft viel dramatischer ist, als er heute überhaupt diskutiert oder aufgezeigt wird. Und jetzt geht man her und versucht auch noch FFP2-Masken im Freien, sprich in der frischen Luft, zwangs zu verordnen. Ich meine, das ist dann nur meine, entschuldigen Sie den Begriff, eine Verarsche. Ja, da fühlt man sich dann geforzelt in der frischen Luft für alle Spaziergänger und vielleicht Radlfahrer und Läufer, dann noch eine FFP2-Maske, zwangsverordnen. Na ja, da hat keiner mehr Verständnis. Und so gesehen ist es kein Wunder, wenn immer mehr Bürger, ich sage kritisch, gegenüber der Regierung und den Maßnahmen stehen und letztlich auch sich bei den Demonstrationen beteiligen für die Freiheit. Da kommt ja so vieles zum Vorschein wie auch jetzt durch die Arbeiterkammer, wo bei der Arbeiterkammer jetzt eine Warnung auch aufgegriffen wurde, aktuell. Das zeige ich auch schon seit Monaten auf und warne vor gewissen Entwicklungen. Jetzt bestätigt die Arbeiterkammer meine Warnungen, nämlich über 17.000 Delogierungen drohen in den nächsten Wochen in Österreich, weil die Mietstundungen fällig werden. Und zwar nicht nur im privaten Sektor, auch im Sozial- oder Gemeindewohnungssektor. Also das ist dramatisch und das ist nur eine kleine Facette neben der Massenarbeitslosigkeit, neben den Betrieben, die vor dem Konkurs und vor der Insolvenz stehen und den Sommer nicht überleben werden. Also da tut sich ein unglaublicher Schaden auf. Und das müssen wir dann in einer Gesamtheit einmal bewerten. Und da wird dann leider sichtbar, dass die Maßnahmen der Regierung gesamt gesehen nicht richtig waren. Das waren die Falschen. Aber jetzt sind Sie dafür, alles aufzusperren, oder? Das ist ja, glaube ich... Ich glaube, dass man mit gewissen Regeln dann ertrachten muss, keinen Lockdown in der Form vorzunehmen. Aber dass die Intensivstationen voll sind, das sind Zahlen und Fakten, die am Tisch liegen. Und Intensivmediziner, die dort arbeiten, die sagen, die Situation ist wirklich dramatisch. Ist es angesichts dessen nicht unverantwortlich, jetzt aufzusperren? Das tue ich auch gar nicht in Abrede stellen. Wir hatten in den letzten zehn Jahren ohne Corona dreimal solche Situationen, dass die Intensivbettenkapazitäten an ihrer Grenze angekommen sind. Dreimal ohne Corona. Warum? Weil offenbar der Intensivbettenplan in Österreich ein Falscher ist und auf Eventualitäten nicht vorbereitet ist. Wir hatten zweimal aufgrund einer Grippewelle, nämlich Influenza, so eine Situation, und einmal aufgrund einer Hitzewelle, wo ähnliche Entwicklungen der Fall waren. Warum? Wenn eine Intensivstation neun bis zwölf Betten hat und in der Regel neun Betten belegt sind und man zwei bis drei Betten frei hält für Operationen, falls nach der Operation ein Patient ein Intensivbett braucht, um die Kapazität nützen zu können, dann ist das jetzt durch solche Spitzen, wie eben schon dreimal in den letzten zehn Jahren durch Influenza oder eine Hitzewelle, auf einmal nicht der Fall. Man kann die Betten nicht frei halten, sie sind belegt. Das geht relativ rasch. Und das muss man schon aufzeigen, dass hier offenbar das Versagen wieder des Gesundheitsministers, aber der Regierung im Gesamten völlig sichtbar wird. Seit einem Jahr weiß man das, dass es diese Spitzen gibt. Ob man Lockdown macht oder nicht, man weiß, diese Spitzen werden kommen. Es wird in der Regel die gesamte Gesellschaft irgendwann einmal jeder mit Corona in Kontakt kommen und vielleicht auch ein positives PCR- oder Antigen-Testergebnis haben und vielleicht am Ende noch medizinisch ärztlich diagnostiziert infiziert und krank sein. Das wird nicht vermeidbar sein. Und deshalb hätte man sich darauf vorbereiten müssen, das hat man nicht getan. Die Kapazitäten sind viel zu klein. Wenn man mit 600 Betten in Österreich eine Überlastung hat, dann müssen Sie sich die Frage stellen, ist das ausreichend für eine Gesellschaft mit über 9 Millionen Menschen? Also ich glaube nicht. Aber wie stehen Sie sich das vor mit dem Aufsperren? Weil Sie sagen immer, unter gewissen Regeln, Vorgaben könnte man öffnen. Aber was heißt das konkret? Wie würden Sie jetzt öffnen, wenn Sie in Regierungsverantwortung wären? Ich habe das immer gesagt. Seit Monaten zeige ich auf. Ich halte nichts davon, dass wir diese Antigen- und PCR-Tests in einer Zwangsverordnung vorschreiben, dass man zum Arzt gehen muss, zum Apotheker gehen muss, um sich dort testen zu lassen mit dem ärztlichen oder Apotheker-Zertifikat, um dann irgendwo hineingehen zu dürfen. Nein, man sollte diese Antigen-Schnelltests allen Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen und würden wir das acht Wochen machen, dass jeder Bürger sich freiwillig jeden Tag zu Hause, bevor er das Haus verlässt, testet. Aber das Testen finden Sie prinzipiell gut? Aber als freiwilligen Selbsttest, nicht als zwangsverordneten Test, ohne den ich nichts machen darf. Wenn ich den freiwillig anbieten würde und jeder Bürger hat für sieben Tage jeweils einen Test und das auf acht Wochen, jeder würde zu Hause diesen Lutschtest, den Sie da haben, gerne machen, um zu wissen, schlagt er bei mir positiv oder negativ an. Wenn er positiv anschlägt, muss ich den Arzt rufen, ob ich wirklich infiziert oder krank bin, dann muss ich zu Hause bleiben und bleibe quasi in Quarantäne. Wenn er negativ ist, dann gehe ich hinaus. Jeder hat ein Interesse zu wissen, gibt es bei mir möglicherweise diese Infektion oder nicht. Und ich sage Ihnen, wir würden in acht Wochen abseits von solchen bürokratischen Gegebenheiten ohne Zwangsverordnungen das relativ rasch auch kontrollierend im Griff haben. Abschließend noch zu diesem Thema. Die Mutation, die da derzeit im Umlauf ist, wo alle sagen, die ist deutlich ansteckender, dem bereitet Ihnen gar keine Sorgen? Na, was mir Sorgen bereitet ist, dass mir Mediziner und Experten, Virologen, kritisch dargelegt haben, dass, und da gibt es ja auch internationale Experten, die sogar an die WHO einen öffentlichen Brief gerichtet haben. Nämlich unter dem Motto, dass sie davor warnen, dass wir diese Durchimpfung weltweit vornehmen. Warum? Weil nämlich gerade, wir wissen heute, die Experten sagen, woher kommt der Virus? Ist er ein natürlicher oder ist er ein künstlicher? Viele sagen, es ist ein künstlicher, der aus Wuhan stammt. Man könnte jetzt zynisch sagen, ein China-Virus, der offenbar künstlich entstanden ist. Wie er rausgekommen ist, weiß man bis heute nicht. Auf alle Fälle ist er künstlich. Und jetzt impfen wir durch mit einem Impfstoff, der in Wahrheit keine Langzeit Studie hat, der offenbar dazu führt, dass viele Experten sagen, durch diese Durchimpfung besteht die Gefahr, dass überhaupt erst rasch und schnell so viele Mutationen entstehen, die normalerweise bei einem natürlichen Virus in einem Jahr nicht entstehen, sondern da braucht es zehn Jahre dazu. Das heißt, es ist schon interessant, man müsste hier die unterschiedlichsten Experten hören und auch eine kritische, differenzierte Diskussion zulassen. Und die vermisse ich in vielen Bereichen. Ich höre immer wieder, dass Kritiker an den Maßnahmen, auch an der ganzen Durchimpfung, hingestellt werden, wie die letzten Idioten, nämlich auch Experten. Sogar Nobelpreisträger mit einem Aluhut auf einmal versehen werden und als Covid-Idioten beschimpft werden, bis hin, dass man sogar hergeht und alle Kritiker versucht, als Rechtsextremisten und Nazis zu diffamieren. Also das ist für mich das Bedenkliche. Und warum? Weil sogar der Verwaltungsgerichtshof jetzt entschieden hat, dankenswerterweise, nämlich nach einer Klage der FPÖ, nachdem eine Veranstaltung der FPÖ am 31. Jänner verboten wurde, hat die FPÖ sich an den Verwaltungsgerichtshof gewendet und der hat jetzt ein sehr deutliches, ein bahnbrechendes Urteil gesprochen, nämlich, dass die Untersagung der FPÖ-Versammlung für den 31. Jänner dieses Jahres nicht nur in der Luft zerrissen wurde, sondern rechtswidrig, sprich illegal war und verweist auch in der Beschwerde letztlich, dass er jeden Punkt bestätigt, dass er nämlich auch sagt, dass neben den Grundrechten für die Versammlungsfreiheit letztlich man eine Entscheidung ganz klar getroffen hat für Grundrechte und Versammlungsfreiheit gegen ÖVP Nehamers willkürliche Demo- und Veranstaltungsverbote. Und darüber hinaus übte das Gericht auch massive Kritik am Zahlenmanagement der Regierung und genau an diesen Antigen- und PCR-Tests, die nämlich als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden, obwohl das gar nicht zulässig ist, laut Fachleuten, sagt sogar die WHO, weil das geht nämlich nur mit einer ärztlichen Bewertung und nicht anhand dieser Tests. Und die vielen fehlerhaften Tests brauche ich Ihnen nicht erklären, es hat sogar eine Schule gegeben vor kurzer Zeit, wo 61 Leute fälschlich positiv getestet worden sind. Also das muss man natürlich ernst nehmen und so ein Verwaltungsgerichtshof-Urteil zeigt einiges auf und man müsste den Lockdown endlich beenden, man müsste gewisse Maßnahmen sicherstellen, so wie in Schweden, die Risikogruppen zu schützen, die Personen mit Vorerkrankungen, aber nicht den Handel und nicht die Gastronomie und nicht die Geschäftslokale und die Unternehmer ruinieren. Das wird ein Elend bringen. Und wir werden deshalb nicht bessere Zahlen haben. Das ist genau der... Aber wenn Sie sagen, man muss die Risikogruppen schützen, dann ist einer oder wahrscheinlich der beste Weg einfach die Impfung. Das zeigen ja alle Zahlen. Dort, wo geimpft wird, gehen die Zahlen runter. Wir sehen es auch in den Pflegeheimen. Da ist jetzt eine relativ hohe Impfquote und die Zahl der Infektionen in den Pflegeheimen geht zum Glück massiv zurück. Warum sind Sie so vehement dann gegen diese Impfung? Ich bin nicht gegen eine freiwillige Impfung. Jeder Mensch, der sich impfen lassen will, das ist ja seine höchstpersönliche Entscheidung und Vertrauen hat in diesen Impfstoff, soll sich impfen lassen. Das befürwarte ich ja. Wogegen ich bin, das betrifft den Zwang. Niemand hat einen Menschen, einen freien Menschen zu zwingen. Wir zwingen dich, was deine körperliche Integrität betrifft, zu einem Eingriff für eine Zwangsimpfung. Nein, das hat in der Gesellschaft nichts verloren und das aus gutem Grund. Es gibt jene, die sagen, ich vertraue dem Impfstoff, ich vertraue den Pharmakonzernen und ich lasse mir den Impfstoff geben, weil ich darauf vertraue, dass mich der schützt. Manche Experten warnen, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, vor dieser Durchimpfung und sagen, aufpassen. Das kann erst recht zu diesen gefährlichen Mutationsentwicklungen führen, die nämlich dann der Impfstoff gar nicht mehr, wo der Impfstoff gar nicht mehr schützen kann und erst recht eine Krise... Aber gegenüber stehen auch sehr viele Experten oder die Mehrzahl der Experten, die das genaue Gegenteil sagen. Naja, deshalb warten wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Ich meine, wir sind gerade jetzt in einem Verlauf eines Jahres, warten wir einmal ab, was sich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr an Entwicklung abgeben wird. Interessanterweise gibt es durchaus, wenn es um Mutationen geht, dort, wo die Durchimpfung am größten ist, auch die stärksten Mutationsentwicklungen. Also das muss man schon bewerten. Und natürlich wird das wahrscheinlich erst nach einer gewissen Zeit auch wissenschaftlich feststellbar sein. Werden Sie sich jetzt eigentlich impfen lassen? Also ich werde mich nicht impfen lassen. Ich habe kein Vertrauen in diesen Impfstoff. Warum? Zurzeit auf keinen Fall. Warum? Weil es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist, dass nach einem Virus wie dem Coronavirus, der ja auch seit längerer Zeit, den gibt es ja auch länger, aber in der Form jetzt natürlich als Thema natürlich diese Brisanz gewonnen hat, innerhalb von kürzester Zeit ein Impfstoff auf den Markt kommt, der normalerweise bis zu einer Zulassung und zu einer wissenschaftlichen, nachhaltigen Studie zehn Jahre braucht. Das sind viele Experten, das liegt einfach daran, dass die demokratischen Prozesse jetzt zitiere ich den CEO von Pfizer noch einmal. Der sagt in einem Interview, ja, wir wissen nicht, ob der Impfstoff dazu führt, dass man sich nicht anstecken kann. Wir wissen nicht, ob der dann den Verlauf mildern wird. Wir wissen es nicht. Israel ist das größte Testlabor der Welt, sagt er. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das funktioniert, das muss man sagen. Nein, der sagt, wir werden erst am Ende wissen, in den Studien. Die Infektionen gehen runter. Jetzt, jetzt. Aber wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist und was übernächstes Jahr ist. Und das ist der Punkt. Das heißt, man experimentiert mit einem Impfstoff, wo man gar nicht zu 100% sicher sein kann oder auch nicht zu 90% sicher sein kann. Was bedeutet das in der mittel- und langfristigen Entwicklung? Und das ist etwas, was mich unsicher macht. Und das will ich mir nicht zumuten. So, wenn das andere wollen, in Ordnung, soll jeder für sich entscheiden. Aber Zwänge haben diesbezüglich nichts verloren in der Gesellschaft und schon gar nicht ein EU-Grüner Impfpass, der zwanghaft verordnen soll, wer nicht geimpft ist, verliert seine Grundrechte und seine Freiheit. Ja, das Reisen. Es geht ums Reisen. Ja, nicht nur am Reisen. Da geht es um Gasthausbesuche, da geht es um Stadionbesuche, da geht es um Fitnessstudiobesuche, da geht es darum, dass einem die Freiheits- und Grundrechte entzogen werden sollen. Ja, verdammt noch einmal. Das heißt, man melden Sie gar nicht. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Ich meine, das hätte sich ja nicht einmal die DDR getraut, solche Maßnahmen zu treffen. Also da müssen wir endlich einmal wirklich aufwachen. Wenn den Menschen die Freiheiten gestohlen und geraubt werden, dann ist Feier am Tag. Es kann doch nicht sein, dass ein Staat sagt, wir sind für Ihre Gesundheit, Herr Fellner, verantwortlich. Und damit Sie nicht krank werden, schreiben wir Ihnen vor, Sie dürfen jetzt nicht mehr Ihre Wohnung verlassen, weil wir die Gesundheit als oberstes Prinzip der Gesellschaft bewerten und deshalb dürfen Sie die Wohnung nicht mehr verlassen. Nein, so geht es nicht. Da geht es um Grundrecht, um Freiheitsrecht, um Selbst- und Eigenverantwortung. Und das kann ein Staat sich nicht anmaßen, deshalb das andere außer Kraft zu setzen. Und das ist in Wahrheit auch der Sukkus eigentlich, auch dieses Verwaltungsgerichtshof-Entscheids. Aber wenn Sie das alles so kritisch sehen, sind Sie eigentlich für Neuwahlen? In Wahrheit ja. Denn diese Regierung, und ich sage, es ist viel zu kurz gegriffen, wenn man heute sagt, Kurz muss weg. Nein, diese Regierung muss weg. Diese türkis-grüne Regierung ist die schwächste Regierung der Zweiten Republik. Was da an Schaden angerichtet worden ist, das ist noch nie zuvor der Fall gewesen. Gut, und es ist auch die erste Regierung, die mit einer Pandemie zu kämpfen hat, muss man auch dererweise sagen, oder? Naja, wir können jetzt auch über eine Bewertung einer Pandemie diskutieren. Und wenn 0,1% der Menschen, die durchschnittlich über 75 Jahre alt sind, an oder mit Corona versterben, dann muss man die Frage stellen, warum 99,9% weggesperrt werden. Das ist auch eine berechtigte Frage, die man mal stellen sollte, weil dann ist die Frage der Angemessenheit zu stellen. Und ich glaube, dass das nicht angemessen ist. Wenn wir von Pandemien reden, die die Menschheitsgeschichte wirklich getroffen haben, dann waren das andere Belastungszahlen. Und das muss man schon auch, glaube ich, einmal irgendwo bemessen, dass hier es nicht mehr sozusagen im Einklang zu bringen ist, die gesamten Maßnahmen mit den Schäden. Herr Strache, vielen Dank. Danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Wir bleiben aber beim Thema Corona. Gleich zu Gast ist der Virologe Norbert Nowotny und mit dem werden wir gleich die aktuelle Corona-Situation besprechen. Er sieht sie nämlich an, diametral anders als Heinz-Christian Strache. Aber lassen wir uns überraschen. Was sagt er zu den harten Maßnahmen, die wir jetzt in der Ostregion haben? Helfen die? Wirken die? Wie lange müssen die aufrecht bleiben? Und braucht es solche Maßnahmen auch im Rest von Österreich? Und wie sieht er die Situation in den Spitälern? Gleich mehr dazu mit dem Virologen Norbert Nowotny.